Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Tutorial Einführung in das IT-Instrumentarium COMBI. Mein Name ist Tobias Vetterle und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Koordinierungsstelle Bildungsmonitoring. In diesem mehrteiligen Videokurs werden wir Ihnen eine ausführliche und praxisorientierte Einführung in die Arbeit mit der Datenbanksoftware COMBI geben. Unser Ziel wird es dabei sein, dass Sie nach Abschluss dieser Fortbildung erfolgreich und vor allem auch selbstständig mit COMBI arbeiten können. Das heißt, Sie werden im Zuge unseres Tutorials lernen, wie Sie Ihre Daten für die Weiterverarbeitung mit COMBI aufbereiten müssen, wie Sie einen aufbereiteten Datensatz anschließend in die Datenbank einpflegen können und wie Sie dann mit diesen Daten eigene Auswertungen erstellen und veröffentlichen können. Zu guter Letzt werden wir Ihnen dann noch zeigen, wie Sie COMBI als Administrator verwalten können. Diese Lernziele spiegeln sich auch im Aufbau unseres Videotutorials, das sich aus insgesamt fünf Modulen zusammensetzt. Den Anfang macht ein kurzes Modul zur Einführung, wo wir uns einfach anschauen möchten, was COMBI ist und welchen Mehrwert die Nutzung von COMBI für das kommunale Bildungsmonitoring und Datenmanagement bedeuten kann. Das dient aber wirklich nur der Orientierung. Wir werden uns da, wie gesagt, kurz fassen. Das zweite Modul behandelt dann die Aufbereitung unserer Rohdaten für die anschließende Weiterverarbeitung in COMBI. Hier werden wir dann auch anfangen, mit einem authentischen Datensatz zu arbeiten, der uns die Schulung hindurch begleiten wird. Im dritten Modul werden wir uns anschauen, wie wir die aufbereiteten Daten dann in unsere Datenbank einpflegen können. Ab hier arbeiten wir dann mit COMBI. Das vierte Modul steht dann ganz im Zeichen der Auswertung unserer Daten. Wir werden also ein paar einfache Analysen mit unserem Datensatz machen, diese Analysen dann visualisieren und die Ergebnisse anschließend auf einem Dashboard bereitstellen. Im letzten Modul werden wir uns dann abschließend noch mal darüber unterhalten, wie sich COMBI erfolgreich in den Strukturen einer Kommunalverwaltung implementieren lässt und welche verschiedenen Einsatzmöglichkeiten das Tool bietet. Sie sehen hier außerdem, dass diese Module dann noch mal jeweils in mehrere kurze Lektionen unterteilt sind und diese Lektionen, das sind letzten Endes die einzelnen Videos, von denen Sie jetzt gerade das erste sehen. Das heißt, wir befinden uns gerade auch schon in der ersten Lektion, Lektion 1.1, zu den fachlichen und technischen Leistungsmerkmalen von COMBI und ich würde sagen, lassen Sie uns direkt einsteigen. Schauen wir uns zuallererst kurz an, um was es sich bei COMBI überhaupt handelt, also was ist COMBI. COMBI ist eine sogenannte BI Software, die speziell für den Einsatz im kommunalen Bildungsmonitoring und Datenmanagement entwickelt worden ist. BI ist eigentlich nur die Abkürzung für Business Intelligence und bezeichnet eine besondere Art der Datenanalyse, nämlich eine Analyse, die gezielt darauf ausgerichtet ist, die Daten einer Organisation, ob das jetzt ein Unternehmen ist oder eine Kommunalverwaltung, also die Daten einer Organisation zu nutzen, um klügere Entscheidungen zu treffen und strategische Ziele zu erreichen. Und BI Tools oder BI Software, das sind dann einfach Softwarelösungen, die zum Zwecke solcher Datenanalysen eingesetzt werden können. Bei der Entwicklung von COMBI standen unter anderem zwei Leitgedanken im Vordergrund, nämlich erstens, dass die Software dem Anwender den Aufbau einer professionellen Datenbank ermöglichen soll, in der sich sämtliche bildungsbezogenen Daten einer kommunalen Verwaltung zentral zusammenführen lassen. Und zweitens eben der Gedanke, dass der Aufbau und die Pflege dieser Datenbank keine überdurchschnittlichen IT-Kenntnisse beim Anwender voraussetzt, sondern generell von jedem geleistet werden kann, der bereit ist, sich entsprechend fortzubilden. Was ist COMBI noch? COMBI ist eine integrierte Lösung sowohl für die strukturierte Haltung als auch für die statistische Auswertung kommunaler Daten. Wir werden uns das gleich nochmal auf der nächsten Folie etwas genauer anschauen, aber das ist ein ganz zentraler Punkt. Das COMBI also einen nahtlosen Übergang ermöglicht zwischen der Pflege einer professionellen Datenbankanwendung und der Auswertung der dort gespeicherten Daten in einer gesonderten Analyseoberfläche. Das heißt, wie die meisten modernen BI-Tools liefert COMBI damit also eine ganz zeitliche Lösung für das kommunale Datenmanagement. Dieser letzte Punkt ist ganz zentral, um sich in COMBI zurechtzufinden und den Workflow mit dem Programm zu lernen. Deshalb wollen wir uns diesen technischen Aufbau an dieser Stelle nochmal kurz etwas genauer anschauen. Und zwar besteht COMBI im Grunde aus zwei eng miteinander verzahnten Programmmodulen, darunter erstens die sogenannte Pflegeanwendung, mit der wir unsere Daten in die Datenbank eingeben und aktualisieren und wo wir auch schon festlegen können, wer welche Zugriffsrechte auf diese Daten haben soll. Und angeschlossen an diese Datenbank ist dann eine Auswertungsoberfläche, in der wir unsere Daten analysieren können und die wir auch benutzen, um sogenannte Dashboards zu erstellen. Dashboards, das sind so individuell anpassbare Berichtsseiten, die sich über den Browser aufrufen lassen und über die man sich dann als Verwaltungsmitarbeiter jederzeit selbstständig zu wichtigen Kennzahlen und Analysen informieren kann. Das heißt, wenn wir von COMBI sprechen, dann sprechen wir also streng genommen von zwei eng miteinander verschränkten Anwendungsbausteinen, nämlich erstens dieser Pflegeanwendung, die eine integrierte und einheitlich aufbereitete Datenbank bereitstellt und zweitens dieser Auswertungsoberfläche, die auf die Datenbank zugreift und mit der die darin enthaltenen Daten analysiert werden. Damit haben wir jetzt schon einige Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von COMBI angesprochen, lassen Sie uns aber abschließend nochmal einen vertiefenden Blick auf eine Auswahl dieser zentralen Leistungsmerkmale werfen. Zunächst mal ganz grundsätzlich, die Arbeit mit COMBI erfolgt über einen beliebigen Internetbrowser und setzt also keine Installation auf dem Rechner des Anwenders voraus. Stattdessen wird die eigentliche Software auf einem zentralen Server installiert. Der Server kann im kommunalen Intranet stehen oder bei einem externen Dienstleister, das ist egal und der Zugriff auf COMBI erfolgt dann eben dezentral von den Arbeitsplätzen der jeweiligen Nutzer. Die einzige Voraussetzung ist wie gesagt, dass eben auf dem Arbeitsrechner des Nutzers eine aktuelle Internetbrowser-Software installiert sein muss und dass der Nutzer über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt. COMBI's Pflegeanwendung verfügt über eine prozessorientierte Benutzerführung, die den Anwender also Schritt für Schritt durch den Workflow zur Eingabe eines neuen Datensatzes führt. Wir sehen diesen Workflow hier einmal überblicksweise dargestellt. Im dritten Modul dieser Schulung werden wir uns das alles nochmal sehr ausführlich anschauen, wie das funktioniert. Hier an dieser Stelle kommt es eigentlich nur darauf an, dass der Anwender zur Administration und zur Pflege der Datenbank keinerlei Programmierkenntnisse mitbringen muss, sondern das läuft alles über eine übersichtlich gehaltene Benutzeroberfläche. Die Kennzahlen und Indikatoren, die wir im Zuge dessen anlegen, sind dabei frei definierbar, sodass hier tatsächlich jede Art von Daten eingepflegt werden kann. Das heißt, man kann bei der Arbeit mit COMBI auch zunächst mal nur in Anführungszeichen die bildungsbezogenen Datenbestände der Verwaltung zusammenführen, aber es gibt da keinerlei Beschränkungen, die uns davon abhalten, das Ganze dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch auszuweiten auf die Datenbestände aus völlig anderen Fachbereichen, also auf Haushaltsdaten oder Sozialdaten zum Beispiel. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, diese Datenbank mit der Zeit auch zu erweitern und mit ihr ein ämterübergreifendes Datenmanagement aufzubauen. Ein Feature, das jetzt nicht die Pflegeanwendung, sondern die Analyseoberfläche betrifft, ist die Möglichkeit, Datenanalysen mit COMBI auf thematischen Karten zu veranschaulichen. Gerade wo es um kommunale Bildungs- oder Sozialdaten geht, haben diese Daten in aller Regel einen Raumbezug und eignen sich daher sehr für die Visualisierung mit Hilfe von Kartendarstellungen. COMBI enthält für diese Form der Visualisierung ein spezielles Modul, den sogenannten Map-Bilder, mit dem sich sehr professionelle Kartendiagramme erstellen und anpassen lassen. Ja, und dabei sind wir dann eigentlich auch schon ganz nah beim letzten Aspekt, den wir an dieser Stelle kurz hervorheben möchten, nämlich bei der Möglichkeit, fertige Analysen, die wir in COMBI erstellt haben, auf interaktiven Dashboards abzulegen, die sich dann komfortabel von jedem dazu berechtigten Verwaltungsmitarbeiter abrufen lassen. Das heißt, wenn man eine solche Berichterstattung mit solchen Dashboards aufgesetzt hat, dann brauchen Verwaltungsmitarbeiter aus anderen Fachämtern oder Fachplanungen nicht jedes Mal eine gesonderte Anfrage an uns stellen, wenn sie Daten oder Analysen von uns benötigen, sondern sie können sich diese selbstständig über ihr Dashboard abrufen. In der Fachsprache redet man hier von Self-Service BI, weil die Anwender somit jederzeit und ohne Zutun des Datenbank-Administrators Zugriff auf aktuelle Zahlen und Analysen haben. Ja, mit diesem letzten Punkt haben wir jetzt im Grunde auch schon die technischen Leistungsmerkmale von COMBI im engeren Sinne hinter uns gelassen, denn mit dieser Dashboard-Funktion eng verknüpft ist natürlich die Frage, wie COMBI konkret in der Kommunalverwaltung genutzt werden soll. Da gibt es durchaus verschiedene Ansätze, über die sich sehr verschiedene Zielstellungen erreichen lassen. Deshalb machen wir an dieser Stelle einen Schnitt und werden in der nächsten Lektion vertiefen, welche Mehrwerte sich durch den Einsatz von COMBI in einer Kommunalverwaltung erzielen lassen. NOB Untertitelung des ZDF, 2020